Die Top 6 des Reisentail Allrounder XL, Tasche für jede Gelegenheit. Ich kann den Travel Cosmetics 26x18x13,5 cm 4 Liter barocken Kulturbeutel nur empfehlen. Das Design in Taube mit barockem Muster ist einfach wunderschön und hochwertig. Die Größe ist perfekt für eine längere Reise oder einen Wochenendausflug, da sie genügend Platz für alle wichtigen Beauty-Produkte bietet. Die verschiedenen Fächer und Schlaufen im Inneren sorgen für eine organisierte Aufbewahrung und das Material ist robust und leicht zu reinigen. Alles in allem ein tolles Produkt, das ich nicht mehr missen möchte. Ich liebe meine Reisentail Allrounder L-Reisetasche. Das funktionalstilische Design macht es perfekt für meine Reisen, die Arbeit oder Freizeitaktivitäten. Mit seiner Vielseitigkeit und Größe passt alles, was ich brauche. Ich schätze auch die Qualität des Materials und der Verarbeitung, da ich weiß, dass diese Tasche mich noch lange begleiten wird. Ich empfehle die Reisentail Allrounder L jedem, der eine langlebige und stilvolle Tasche braucht. Ich bin absolut begeistert von der Reisentail Allrounder L-Dotztasche. Das funktionalstilische Design ist einfach perfekt für alle Gelegenheiten, sei es auf Reisen, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Die Tasche bietet ausreichend Platz für all meine wichtigen Dinge und ist trotzdem handlich und praktisch. Das Material ist robust und hält selbst bei häufiger Nutzung lange durch. Ich empfehle die Reisentail Allrounder L-Dotztasche jedem, der auf der Suche nach einem vielseitigen und hochwertigen Reisegepäck ist. Ich bin absolut begeistert von meiner Reisentail Allrounder L-MT 7027 in Baroque Taupe. Die Tasche ist nicht nur stilvoll und elegant, sondern auch sehr funktional. Mit einem Volumen von 30 Litern ist sie perfekt für einen Wochenendausflug oder einen Kurzurlaub. Sie ist hochwertig verarbeitet und sehr bequem zu tragen dank der gepolsterten Tragegriffe und dem Schultergurt. Die Größe von 48 x 39,5 x 29 cm ist ideal und bietet ausreichend Platz für Kleidung, Schuhe und andere Reiseutensilien. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann die Reisentail Allrounder L-MT 7027 jedem empfehlen, der eine stilvolle und praktische Reisetasche sucht. Ich habe die Reisentail Tasche MT 7054 Signature Black in One Size gekauft und bin sehr zufrieden mit diesem Produkt. Die Tasche bietet genug Platz für alle meine Einkäufe und ist sehr stabil, sodass ich keine Angst haben muss, dass meine Sachen herausfallen. Der Griff ist auch sehr komfortabel zu greifen und zu tragen. Ich finde auch das Design sehr ansprechend und gut durchdacht. Insgesamt ist diese Tasche eine tolle Investition und ich empfehle sie jedem, der eine gute und praktische Einkaufstasche sucht. Ich habe die Reisentail Allrounder L-Pocket gekauft und bin total begeistert von ihr. Die Tasche ist unglaublich vielseitig und kann sowohl für Reisen, als auch für Arbeit und Freizeit genutzt werden. Besonders praktisch finde ich die Trolley-Aufsteckfunktion, mit der ich die Tasche bequem am Koffer befestigen kann. Der Stoff ist robust und die Verarbeitung ist hochwertig. Die Tasche bietet genügend Platz für alles, was ich auf meinen Reisen brauche. Ich kann die Reisentail Allrounder L-Pocket definitiv weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.